Wir alle haben Wünsche und Träume. Viele Menschen träumen vom eigenen Haus, von Geborgenheit, von Unabhängigkeit. Der Traum von den eigenen vier Wänden ist oft in weiter Ferne, weil das nötige Geld fehlt. Damit Ihr Wunsch in Erfüllung geht, gibt es jetzt das neue Bausparmodell in der Provinz Bozen. Das Bausparen fördert und erleichtert das Sparen und die Eigenleistung. So schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie bauen eine Zusatzrente auf und legen den Grundstein für Ihr Eigenheim. Bausparen ist für alle da, ganz gleich, ob Sie bauen, kaufen, sanieren oder sparen wollen. Bausparen ermöglicht Ihnen für Ihre Zukunft vorzusorgen, egal in welche Richtung es geht. Auch Ihre Kinder und Familienmitglieder können das Bausparmodell nutzen, indem Sie für Sie in einem Zusatzrentenfonds einzahlen. Wie funktioniert's? Die Provinz Bozen hat mit dem Bausparmodell eine ganz neue Möglichkeit geschaffen. In vier Schritten gelangen Sie zu Ihrem Wohntraum. Erstens, Sie schreiben sich oder Ihre zulasten lebenden Familienmitglieder in einen Rentenfonds ein. Zweitens, Sie sparen so im Laufe der Zeit Kapital an. Drittens, Sie haben die Voraussetzungen erreicht und können sich Ihren Wohnwunsch finanzieren. Viertens, Sie erhalten ein Bauspardarlehen in der doppelten Höhe des angesparten Kapitals im Rentenfonds und können nun mit dem Hausbau, dem Kauf oder der Sanierung starten. Oder Sie erhalten schon vor Laufzeitende einen Vorschuss auf Ihre Rentenposition. Warum ist Bausparen so schlau? Sie geniessen einen Steuervorteil. Die eingezahlten Rentenfondsbeträge können bis zu 5.164 Euro jährlich vom Gesamteinkommen abgezogen werden. Und Sie erhalten Zugang zu einer Finanzierung mit einem günstigen Zinssatz. Die autonome Provinz Bozen fördert das Projekt und übernimmt die Verwaltungskosten für Ihr Bauspardarlehen. Wer kann Bausparen nützen? Sind Sie dabei? Sie müssen seit mindestens fünf Jahren in der Provinz Bozen ansässig sein, seit mindestens acht Jahren in einem Rentenfonds eingeschrieben sein und mindestens 15.000 Euro Vermögen im Rentenfonds angespart haben. Und das Haus oder die Wohnung? Dieses muss sich in Südtirol befinden. Gratulation! Sie haben alle Voraussetzungen erfüllt. Der Weg zu Ihrem Bauspardarlehen ist offen. Nun wenden Sie sich an die Bank Ihres Vertrauens und schliessen Ihr Bauspardarlehen ab. Oder haben Sie die Voraussetzungen noch nicht erfüllt? Kein Problem! Wenden Sie sich einfach an einen der über 110 Pensplan Infopoints in Ihrer Region. Dort werden Sie kostenlos über die Zusatzrente und das Bausparmodell beraten. Sie können sich auch gleich direkt in einen Rentenfonds einschreiben. Sie haben die Voraussetzungen teilweise erfüllt? Dann haben Sie doch noch etwas Geduld. Zahlen Sie zusätzliche Beträge in Ihren Rentenfonds ein und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch bei den Pensplan Infopoints. Mit dem Bausparmodell der Provinz Brutzen kann nun Ihr Traum in Erfüllung gehen und die Zukunft kann kommen.